Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wie immer Mittwoch, kurz vor 20 Uhr. Die Party geht gleich los, aber vorher gehen wir nochmal kurz ins Intro und ich muss kurz was erklären. Ich habe die Stream-Einstellung geändert, sollte es gleich nicht klappen, warum auch immer, lösen wir das Problemchen sofort. Wir legen los. Okay, es hat nur oft genug. Nekali. Bitte alles einsteigen, der Zug fährt gleich los. Und Abfahrt. Bis zum nächsten Mal. Das ist live hier. Ich lese den Chat gerade für alle, die nicht wissen, was das ist. Ich lese den Chat gerade für alle, die nicht wissen, was das ist. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wer will nochmal, wer will nochmal, wer will nochmal, wer will nochmal. Okay, hallo. So, Musik an. Irgendwo hier, muss mal gucken. Das ist laut. Ne, geht ne, Musik geht. Hallo, alles klar bei euch, alles gut? Alles gut. Alles gut. Nicole, Nussbaum, danke schön Nicole. Und wir hatten eben auch noch ein paar, der Jonathan, danke für den 1 Euro Super Chat hatten wir auch. Und YouTube, yay, ist auch ein Member geworden. Jetzt sind wir 149 hier. Okay, passt auf, ein paar Änderungen. Als erstes, ihr seht hier hinten schon, ich hab angefangen hier umzubauen, ne. Ähm, da fehlt noch die Beleuchtung, ne, das, das schwarze, dieser Space Invader, das hier, hier der, der wird noch beleuchtet und so, ne. Kommt alles mit der Zeit. Die Kamera ist minimal höher als vorher, damit ich die Monitore alle, uff, zusammenschieben kann. Äh. Ach ja, und ihr wolltet doch bestimmt schon immer mal einem Furby in den Hintern gucken, oder? Guck mal, das ist der Hintern von einem Furby. Und die Kamera kann jetzt zoomen, das heißt, ich bin nicht mehr mal scharf, mal unscharf, sehr gut, ne. Und wir werden jetzt dem Furby seinen Hintern mal bestücken, ja. So. Ach. Und irgendwie ist das Wurstform mäßig. Aber, wir kommen gleich zum Chat von zu euch da draußen. Ich brauche nur einen Gesprächspartner hier, ne. Weil ihr seid immer so leise. Und ich bin nicht mehr. Na los, los, los. In der Toto. Dorka. Einbruch. Oh, ah, oh, 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 oh. Ja, ja, mehr. Dorka. Sehe ich auch so, ja, ja. Bisschen schütteln. Was? Ja, ja, ja. Ja, ist live, ist live. Hast du richtig erkannt, ist live. Mhm, ist super spannend, ne. Finde ich auch. Hast du Bock? Ja, du bist motiviert als ich. Was ist denn los mit dir? Die sind so geil. Baka. Komm. Der kommt jetzt mal hier. Boah, voll die Psycho-Augen im Hintergrund. Den müssten wir eigentlich irgendwo hier hin machen, so. Voll die Psycho-Augen. Warte, warte. So. Okay. Also Furby sind einfach mega lustig. Die sind so cool. Die sind so cool. Aber die halten nie den Mund. Der redet immer weiter, weil ich rede. Das ist ganz, ganz schlimm. Hallo Maximilian. Und Phone-Game-Tester. Dankeschön. Kommt jetzt gleich wahrscheinlich hier oben. Mittwoch. Ich hab voll Bock und der Chat geht auch voll ab. Sehe ich schon. Super gut. Was hältst du vom Pokémon-Hype? Alter, ich bin mit Pokémon groß geworden. Der Hype jetzt, das ist nur Nachmacher. So. Das ist kein Furby. Das ist ein Gremlin. Gar nicht wahr. Das ist ein Furby. Sei nicht so gemein zu dem armen Furby. Der braucht einen Namen. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte erst mal ein bisschen Chat lesen. Dann. Huber sagt, jetzt fang mal an. Nein. Chill mal. Deine Nuggets. Dann. Gibt's da Menschen, die gebannt werden? Nein. Ich hab hier auch das Mikro anders positioniert. Ich kann jetzt so auf drei Monitore gucken, ohne dass ich irgendwie relativ viel leiser oder lauter werde. Oder sonstiges. Ist alles, glaube ich, wesentlich konvenienter geworden. Und ich hab mir den letzten Stream nochmal angeguckt. Der letzte Stream. Viele haben mir gesagt, boah, voll unscharf. Dann hab ich mir die Frage gestellt, meinen die den Hintergrund? Meinen die den Hintergrund? Also checken die nicht, dass das von der Kamera so gewollt ist, dass nur ich scharf bin und der Hintergrund unscharf? Joel, danke schön. Checken die das nicht? So war meine erste Überlegung. Und meine zweite Überlegung war, dass ich mir dann wirklich dachte, ach wisst ihr was? Ich mag ein bisschen quatschen. Wenn ihr einfach Gameplay sehen wollt, dann geht doch auf YouTube und tippt einfach ein Minecraft Farm Live. Dann werdet ihr Videos finden. Oder ihr guckt den Stream morgen nach und skippt bis zum Gameplay oder weiß ich nicht. Streaming ist quatschen und miteinander quatschen, miteinander Geschichten erleben, miteinander Sachen machen. Ich könnte euch zum Beispiel auch die Welt von Lars Abenteuer schon zeigen. Die hat schon ein ganzes Stück an sich, ein ganzes Stück Story auch schon. Ein paar Charaktere, die vertont sind und so weiter. Aber das will ich nicht spoilern. Aber ich habe die andere Sache, weil das manchmal so ein bisschen, wenn man sich schnell bewegt in Minecraft und so, dann ist es ein bisschen pixellig. Das liegt am Livestreaming. Weil Livestreaming, da müsst ihr euch überlegen, das was ich in der Nachbearbeitung mache, Lars der Schärfste. Das was ich in der Nachbearbeitung mache, also wenn ich das Video schneide und rendere und auf seine schöne Quali gebracht wird und so. Das muss jetzt alles... Könntest du mal den Mund halten? Was ist denn los mit dir, ey? Mann, ist der motiviert. Ja, das muss jetzt alles live passieren, real time. Das heißt, die Sekunde, die ich gerade aufnehme, muss sofort gerendert werden und sofort zu euch geschickt werden. Und deswegen ist das manchmal so. Aber ich habe jetzt die Qualität so hoch gedreht, dass ich hoffe, dass das nicht mehr so ist. Aber ihr braucht eine 13.000er Leitung mindestens. Die sollte aber jeder haben, glaube ich. Man hört Kinder... Nein, man hört nicht Kinder. Man hört den hier! Der hier! Der redet nicht, man hört Kinder. Der redet die ganze Zeit! Also, wenn er zu laut ist oder zu sehr nervt, dann können wir ihn ja wegmachen. Hallo Lars, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's super. Ich bin ein bisschen übermüdet, weil im Moment sehr viel los ist. Viele... Geschichten, also viele Unternehmen wollen Werbung machen. Und ich kriege jeden Tag einen Haufen E-Mails, weil... Der Furby kriegt gleich echt... Handrücken, ne? Ähm. Ja, war fünf Minuten lang witzig. Ähm. 1440p60 bei mir. Ja, genau. Das sollte es nämlich jetzt sein. Das war es vorhin nicht. Ähm. Ja, viele Unternehmen wollen halt Werbung machen, wollen Werbevideos, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich bin übermüdet, weil ich muss sehr viele E-Mails beantworten, muss mir sehr viele Dinge überlegen. Mache ich Werbung, mache ich keine Werbung, mache ich diesmal jenes, ne? Und so weiter. Deswegen ist es gerade ein bisschen stressig. Aber ansonsten geht es mir soweit ganz gut. Wie heißt das Ding? Das ist ein Furby. Und einen Namen hat der leider nicht. Hm. Ja, jetzt erstmal, dass du meine Nachricht liest. Ne, ich lese eigentlich alle. Der Furby ist halt total gruselig. Ja, vor allem im Hintergrund. Rinderbaum, danke schön. Ja. Hi Lars, du coole Hase. Hase? Also ich gehöre gerne zu den Lurchen, ne? Stream ist zum Quatschen. Furby ist Liebe. Ja, ich weiß, ich weiß, viele wollen immer sofort Gameplay. Aber ich habe jetzt für mich entschlossen, erstmal gechillt anfangen. Ein bisschen quatschen, ein bisschen was klären. Und gleich kommen wir zu der Map. Boah, die Musik ist laut, ne? Also zumindest auf meinen Ohren. Ist die Tasse aus deinem Merch? Nein, das hier, das ist Gronkh-Merch. Ja, das ist vom lieben Erik. Und Farbenparty für... Masterskill. Hi Masterskill, danke schön. Ähm, cooles Gaming zu machen. Ne, das ist noch nicht fertig. Also wie gesagt, das hier hinten wird noch komplett beleuchtet. Und da kommt so eine Glasvitrine, also so ein Glaspanel drunter, wo ich so Sachen drauf stelle. Und hier, wo das ist, hier das Regal, das kommt noch weg. Und hier kommen drei große Naruto-Displays hin, wo auch so ein Glaspanel drunter kommt mit Sachen drauf. Ich habe so richtig geile Naruto-Bilder gefunden und ich mag Naruto voll gerne. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich hätte gerne auch noch andere Sachen genommen, wie Bioshock zum Beispiel oder Pokémon und so weiter. Aber dazu habe ich nicht geile Displays gefunden. Hi Nicole! Mein PC bietet eine GTX-NVIDIA-Grafikkarte, aber keine RTX. Ja, da kann ich leider nichts machen. Hast du Nanoleafs? Nein, Nanoleafs finde ich übertrieben teuer. Ich habe Philips Hue hier hinten. Also das da ist so eine Leuchtleiste, die auf der Rückseite dieses Regal ist von Philips Hue. Aloha! Fluffy? Sollen wir ihn Fluffy nennen? Ja, 300.000 Abos, genau. Wisst ihr noch, letzte Woche hatten wir hier noch diesen Abo-Counter, ne? Also diese... Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Da stand noch 296.000 drauf. Jetzt sind wir bei 302.000. Das ist so verrückt. Und ich habe noch eine Taste, wo ich gerade gucken will. Passiert hier irgendwas? Passiert hier? Ja, passt. Sollte eigentlich Zuschauer anzeigen. Aber passiert nichts. Aber dafür habe ich andere Tasten wie, äh... Hier, bitteschön. Ja, Fluffy. Okay. Ähm. Ne, ich habe noch kein Video zu meinem Setup gemacht, weil der Raum hier nach einem Jahr immer noch nicht fertig ist. Ich bin da sehr faul, weißt du? Ich sitze hier mitten in Kartons, in abgerissener Akustikmatten und so, weißt du? Hier, pass auf. Ähm. Aber Hauptsache, das kann man lesen. Warte hier, äh, das da, warte. Ja, also ich sitze hier wirklich mitten in Dreck und Umzugsspeck und so. Mach das gar nicht fertig. Immer nur einmal die Woche so ein bisschen. Ah. So. Nur 300 Zuschauer. Das stimmt doch gar nicht. Ich seh doch hier, dass wir für 1500 roundabout sind. 300, 300, 400, 1500. Ja. Ähm. Wie findest du Dr. Ben X? Ganz, also ich find die Person ganz angenehm. Der Kanal ist nicht meiner. Aber. Äh. Am besten noch ein Boxershort. Ne, ich hab ne Jogginghose an, ja. Ja. Aber. Die Creeper leuchtet, ja, die steht ganz hinten, ne. Hier, die, die ist aber nicht an. Die leuchtet nicht da. Da, da. Wie gesagt, das, das große schwarze hier, das wird noch leuchten. Äh. Klappi, fluffy. Ich mein, der ist ja ziemlich pink, ne. Guck mal, da siehst du, guck mal, da siehst du das Elgato Keylight und so. Und, äh, direkt in die Kamera. Öh. Hallo. Hallo. Man nennt mich auch Bruno. Okay. Äh. Oh, wir nennen ihn, wir nennen ihn Pinky, weil ich bin der Brain. Der Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. Keiner hat's gesehen. Es ist geschehen. Der eine Geist ist krank. Der andere ist brillant. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Du, 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 du. Du, du. Okay. Oh, 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 oh. Er hat eine Idee. Ich muss den echt ausmachen. Der redet einfach den ganzen Stream lang, Mann. Okay, warte. Also, Pinky. Da heißt es auf jeden Fall Pinky. Ähm, so. Nimm mal deine Cap ab. Nö, heute nicht. Lassen die zehn Geheimverstecke für Bedrock oder Java? Äh, die sind jetzt in der Java gemacht, aber die müssten eigentlich auch alle in der Bedrock funktionieren. Ähm. Hubert? Nee, ich nenne ihn nicht Hubert. Ich nenne ihn jetzt Pinky, weil Pinky und der Brain. Äh, magst du Pferde? Wie wird man Mitglied? Ach ja, da wollte ich gerade noch was ausprobieren. Danke, dass du, dass du das fragst. Äh, ich wollte noch was ausprobieren, ob ich die Anzeige ein bisschen vereinfachen kann für manche Leute. Ja, 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 aha, 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 aha. Pass auf. Geht das, geht das, geht das hier? Irgendwie noch so. Ach, man kann jetzt hosten, ne? Man kann bei YouTube hosten. Also ich kann euch quasi nach dem Stream direkt weiterschicken zu einem anderen Livestream. Leider habe ich keine YouTube-Freunde, also außer Kroko und der Stream gerade nicht. Aber schade, also es geht auf jeden Fall. Das ist sehr gut, dass das geht. Das ist sehr, sehr gut. So, warte, wo ist denn hier? Man kommt doch irgendwo. Ich will keine Stream-Markierung hier. Ich möchte auch kein Highlight-Video. Das möchte ich, genau. Äh, wie? Nein. Wieso? Ach so, jetzt kann ich Realtime... Nein. Jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen Werbung gemacht. Kann das sein, dass jetzt Werbung... Habt ihr jetzt Werbung? Hallo, Superchatter. Nice. Und was ist hier oben für ein Name? Claudia Dingenson. Ach, das ist zu lang, ne? Das ist zu lang. Okay. Habt ihr jetzt reinzufinden? Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich wollte keine Werbung machen. Ja, nein, nein. Ja, oh mein Gott. Weil ich glaube, jetzt habe ich eine Werbung geschaltet. Das wollte ich wirklich nicht. Upsi. Ich dachte, ich kann da jetzt so, so... Merge oder so an den Chat anknüpfen. Weil das ging ja. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich finde es nur gerade nicht mehr. Ah, schade. Dann halt nicht. Oder? Hier Live-Chat? Nö, keine Ahnung. Ich finde es gerade nicht. Ist egal. Weil das geht ja auch... Ich kann ja auch was an den Chat dran kleben, ne? So. Ähm. Entschuldigung für die Werbung. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. YouTube Premium hat keine Werbung. Ja, ich habe auch YouTube Premium. Und bald könnt ihr mit YouTube Premium, äh, wie mit Twitch Prime subben. Das wird richtig toll. Und ich hoffe, ich hoffe, man kann dann auch noch so Subs verschenken. Ich hoffe, das geht noch. Und das da oben, das nervt mich. Ich hoffe, man kann dann auch Subs verschenken. Ähm. Jo. Keine Werbung. Ja, ja, ja. Habe ich ein Hänge gehabt, glaube ich. Ähm. Kannst du ein Video machen, wo du einen Server erstellst? Da hat der Joe ganz viele Videos. Ähm. Freust du dich auf Mystery 2? Ja, mega freue ich mich auf Mystery 2. Wie findest du Taddle? Sau cool. Ich mag, ich find Taddle unheimlich sympathisch. Hm. Ich hab ne Frage. Shiva einfach die Frage stellen. Das ist immer wahrscheinlicher. So. Äh. Äh. Ich hab Geburtstag. Juhu. Wer hat Geburtstag? Der Dennis. Schreibt mal alle Happy Birthday, Dennis. Der hat's verdient. Hm. Also ich kenne nicht, seit du 60.000 Abonnenten hattest Leute. Ja, jetzt haben wir 300.000. Und die Millionen kriegen wir auch noch. Dauert bestimmt noch bis 2200. 31.000. Aber die Millionen kriegen wir auch noch. Hm. Come on. Happy Birthday, Dennis. Happy Birthday, Dennis. Come on. Ja, nice. Nice, nice, nice. Voll gut. Nice. Das freut mich immer. Ich hab, ich hab grad noch gelesen. Ähm. Kakashi oder Naruto. Es sind drei Bilder. Meine absoluten Lieblinge im Naruto-Universum sind Kakashi. Gaara. Und ich hab noch Naruto, weil's Naruto ist. Eigentlich hätte ich gerne lieber Hiraya. Aber da hab ich auch kein schönes gefunden. Hm. Okay. Voll lieb von euch. Oh, Matze fragt, wann Mystery 2 startet. Das beantworte ich jeden Stream, Matze. Die Kohle hättest du dir sparen können. Mitte 1,17 wahrscheinlich im Juli. Oh, bald krieg ich auch einen neuen Stuhl, ne? Ich krieg bald so einen, so einen, so einen richtigen Panzer von Stuhl. Riesengroß. Voll gut. Ey, hier oben stimmt doch irgendwas voll nicht, oder? Ach, der Jonathan ist direkt mit nachgerutscht. Da ist irgendwas kaputt da oben. Also der, der Super-Chatter ist, glaub ich, zu lang oder irgendwie verzogen. Komisch. Ähm. Bist du ein Craft Attack 9 dabei? Nein. Nein, ich mach keinen Craft Attack. Äh, kannst du, weiß nicht, wie ich snacken soll. Shoki Chips, Haribo, Hilfe. Nimm Chips. Chips gehen immer. Hm. Wie findest du Paluten? Hab ich eben schon beantwortet. Äh, Back Force, maybe ein Back Force? Ich weiß nicht. Ja, es wird ein Back Force Plus, glaub ich, oder, ne? Oder, oder, ja, Back Force Plus. Hm. Warum machst du keinen Craft Attack? Hab ich schon ein paar Mal erklärt. Also nochmal für alle. Ich mag Craft Attack nicht, weil es für mich das Feeling vom Schulhof hat. Weißt du, die Leute machen vielleicht in der achten Staffel jetzt mehr, ne? So wie es ausschaut. Aber grundsätzlich war es in der siebten Staffel so, dass man sich nur gegenseitig die Augen ausgehackt hat und man hat überhaupt nichts zusammen gemacht. Man hat total wirre zusammengewürfelt gebaut. Man hat übereinander gebaut und ineinander und ach nee, das war mir alles so, weißt du, wie so eine Gruppe Sportler, so eine Gruppe Nerds, so eine Gruppe Mobbing Opfer und man hat sie alle zusammengesteckt. Und das ist so, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Mein größtes Vorbild, ich hab also keine Vorbilder, also auch noch nie gehabt. Ich wollte schon immer mal studieren gehen, wegen der Prinz von Bel Air und Onkel Phil, der ist ja so Anwalt, Jura, Richter, Richter und hat studiert und so. Und ich fand das immer so beeindruckend, diesen Charakter. Ich wollte immer selber studieren. Die spielen gleich Bad Rock. Kennst du Deadpool? Natürlich. Ich kenne auch Arrazul, ja. Magst du Harry Potter? Ja. Magst du Hunde? Ich hab Hunde. Also einen Hund im Moment. Ich hatte mal mehrere Hunde. Lebt der arme McDonalds noch? Keine Ahnung, ich war schon länger nicht mehr bei dem McDonalds. Warum wurde ich getimeoutet? Weiß ich nicht. Gut, dass du fragst. Bist der beste YouTuber, glaube ich nicht. Lars, weil ich nicht machen kann, dass ich mit meinem Villager nicht mehr handeln kann, habe ich darauf geantwortet in den Kommentaren. Spielst du noch Java? Ja. Das Abenteuer zum Beispiel wird Java, weil da ist die Bad Rock doch noch nicht so weit mit den Mods, dass ich sowas in der Bad Rock machen könnte. Ist schade. Ist schade, aber gut. Fili, einmal reicht. Muss nicht vollspam. Kannst du mal ein Minecraft-Thorper machen, wo man mit dir Survival spielen kann? Das geht gar nicht. Survival geht schon mal gar nicht. Ihr habt doch beim Test-Server von Kroko gesehen, das dauert keine 48 Stunden. Nehmen die Leute alles auseinander. Und nein, ich spiele keine Among Us. Also ich habe Among Us, aber wir spielen es jetzt nicht hier. Kennen Sie Brawl Stars? Du darfst gerne du sagen. Und ja, ich kenne Brawl Stars. Kannst du mal dein Haus in Real Life finden, wenn es fertig ist? Nie damit, Larissimus. So ein komischer Typ. Wohnst du alleine? Nein, ich wohne mit meiner Frau hier und bald mit Bibi. Lars, die Dauerwerbesendung. Ja, die fehlt noch. Die kommt nach oben rechts in die Ecke. Was, Lars? Ich war volle Bereitschaft, weil du am Dienstag-Stream gesagt hast. Wir haben doch Mittwoch. Alter, Lars hat meinen Kommentar gelesen. Ja, klar. Wie heißt diese Playlist? Äh, das ist keine Spotify-Playlist. Das ist bei mir auf dem Rechner. Wann kommt Lars' Abenteuer raus? Äh, der Kroko müsste mir heute seine letzte Audio schicken. Und dann kann ich anfangen aufzunehmen. Dann sollte es nicht mehr lange dauern. Ja. Jeden Mittwoch, jeden Mittwoch. 20 Uhr. Juhu, juhu, juhu. Ähm. Kannst du mal Speedrun mit Basti-GAG mal mit? Nee. Also, Basti-GAG ist mir zu anstrengend. Also, als Gamer zu anstrengend. Als Mensch glaube ich nicht mal, aber als Gamer. Weil der ist halt der absolute Speedrunner. Und der ist ja auch auf der, ähm, Minecraft-Highscore weltweit Platz 2, ne? Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ich meine jetzt Platz 2 der Minecraft-Spieler weltweit. Hm. Das ist mir halt, das wäre mir halt viel zu anstrengend. Da habe ich keine Lust drauf, weißt du? Kannst du mal Bedrock-Guide-Live machen? Nein. Das macht gar keinen Sinn. Ähm. Sind deine Haare noch grün? Nein. Jetzt hat doch seit Ewigkeiten keine Frisur mehr auf. Wie soll das denn gehen? Darf ich jetzt ins Bett? Natürlich darfst du ins Bett. Niemand zwingt dich hier zu bleiben. Niemand zwingt einen hier zu bleiben, ja? Ihr könnt ins Bettchen, wann ihr wollt. Pascal, danke schön. Hm. Ja, also, was ihr mal machen könnt, ist, ihr könnt alle mal liken, weil für jeden Like spende ich am Ende des Jahres einen Cent. Und wir sind jetzt mit den ersten drei Streams sind wir bei roundabout 100 Euro angekommen, die ich spende. Das wird ein teures Jahr. Ich glaube, am Ende des Jahres darf ich 1500 Euro spenden oder so. Ähm. Ich glaube, ich habe in den falschen Schank meine Slime-Farm gebaut. Ja, das ist doof. Ich gucke dich erst seit 267.000 Abonnenten. Ja, und? Das ist auch schon ein Stückchen. Hi, Tisi. Kannst du das mit dem Minecraft-Konto auf der Switch erklären? Microsoft-Konto. Du bekommst eine E-Mail, da steht alles drin. Du brauchst da nichts erklären. Kannst du mal in den Ferien-Stream? What? Seit einem Jahr haben wir Corona-Konto. Weißt du, wie viel du zu Hause sitzt? Willst du noch Ferien? Was ist los mit dir? Alter. Worauf spielst du Minecraft? Auf dem PC. Was ist das Schwarze hinter dir? Äh, das Schwarze hinter mir, das sind Schallabsorber, die an der Wand geklebt sind. Aber das sind so Hexagons, die unterschiedlich dick sind und so weiter. Wir können mal gerade... Ja, also, das ist unser Schallabsorber. Und da werde ich noch ganz außen am Rand, werde ich eine LED entlang kleben. Einmal außen rum, damit wir so einen leuchtenden Space Invader hinten an der Wand haben. Ich finde den voll cool. So, kann ich mal mit dir ein Video machen? Schick mir mal deinen Kanal-Link an, ähm, die, äh, Unternehmens-E-Mail. Dann gucke ich mir den Kanal mal an, wenn mir der gefällt, wenn mir die Stimme gefällt, der Typ gefällt, dann können wir da gerne drüber reden. Hast du Fortnite? Ja gut, das ist ja kostenlos, aber das Spiel ist schon ewig nicht mehr. Kannst du mal Valorant-Video machen? Nein. Also die Videos werden... Damit ihr so eine Vorstellung vielleicht habt, für die, die fragen. Die Videos werden in Zukunft nicht weggehen von Minecraft. Aber wir werden andere Spiele in Minecraft reinholen. Das erste, das erste Last Abenteuer wird nämlich ein lineares, ähm, Action-Adventure werden. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wir haben sprechende Charaktere, wir haben Quests, wir haben Zauber, also wir können zaubern. Ähm, wir haben eine Storyline, wir haben sprechende Tiere, wir haben Cutscenes, ja, also wir haben wirklich Cinematics zwischendrinne. Es wird so, als würde, also ich habe ein lineares Action-Adventure, was ich mag, habe ich in die Minecraft-Welt geholt. Und das werden wir dann spielen. Und so möchte ich gerne in Zukunft so ein bisschen andere Spiele machen, ja. Ich möchte nicht was anderes als Minecraft spielen, sondern ich möchte andere Spiele in Minecraft reinholen. Ähm, passi-assi, warum denn so? Nice. Dankeschön. Kannst du mal Fan-Postfach machen? Ähm, wenn Pakete. Ich hatte das mal mit Briefen, ne, so einen Briefkasten bei der Post. Es war ganz schlimm, die haben da alles reingeschmissen, alles. Also alles, was hätte hingehen sollen, egal, weißt du, selbst wenn, es war ja früher so, dass meine jetzige Frau und ich noch nicht verheiratet sind und ich ihre Post nicht öffnen und nicht kriegen darf. Das klingt bescheuert, auch wenn wir seit acht Jahren zusammen wohnen, aber ist so, ne. Und die haben da zum Beispiel alles reingeschmissen. Die haben da auch Post von ihr reingeschmissen. Ich hab Post von Nachbarn da gefunden. Ich hab Post... Ach. Das Abenteuer muss in der Java sein, sonst wäre das gar nicht machbar. Weißt du, ich... Deswegen würde ich das nur noch für... Ich würde nur noch eine Paketstation nehmen, wo ich dann ein Fach hab. Da könnt ihr dann einfach Pakete hinballern, fertig. Das ist so noch etwas, was ich geplant hab. Ähm... Sie sehen aus wie Mark Forster. Simon, deswegen bin ich auch Mark Forster. Folgen seit 150k und wollte mal Danke sagen. Ich hab zu danken. Kannst du mal Mods spielen? Machen wir doch dann bei Last Abenteuer. Da sind ja viele Mods. Ähm... Achterbahn bauen. Nö, das könnt ihr vielleicht imnächst. Nein, ich habe keine Kinder. Magst du Pferde? Ja, ich mag Pferde. Ähm... Was ist Last Abenteuer? Wie gesagt, Last Abenteuer ist... Das sind Storyprojekte, wo ich andere Games zur Minecraft reinhole. Das startet bald. Das wird aber wahrscheinlich einmal die Woche kommen. Weil das erfordert sehr viel Aufwand. Die andere Sache ist Bedrock Guide. Der bleibt. Na klar. Keine Frage. Aber ich finde es immer wieder spannend... Wie lange quatschst du noch? So lange, wie ich Bock hab. Ich finde es immer wieder spannend, ähm... Dass immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Denn ich meine, die Leute, die jetzt jeden Stream hier sind. Ja, es gibt so einige Leute, die sind jeden Stream hier. Wie die Mods natürlich. Oder auch im Chat, ne? Und... Meine Frage an euch. Nervt euch das nicht, dass die Leute immer dieselben Fragen stellen? Ich kann das verstehen, ne? Weil... Ich bin ja... Ich bin der Junge, um den es hier geht. Ja, also... Ich bin so Straßenjunge und so, ne? Vom ersten bis zum 16. Stock. Mein Block, mein Block, mein Block. Nein, aber... Äh... Weißt du? So, mich stört es nicht. Ich weiß, warum die Leute immer wieder diese Fragen stellen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Zuschauer, gucke und kriege immer wieder dieselbe Frage beantworten und um die Ohren gehauen. Ach, das muss doch nerven, oder? Ja, es nervt. Nein, ja. Mh... Ne, gar nicht, okay. Tobias! Hi Lars, ich hab nicht viel, aber ich muss immer wieder was dalassen. Schau jedes Video, mach weiter so. Du hilfst mir schon lange. Äh... Über schwere Zeiten. Uiuiuiuiui. Dankeschön, Tobias. Aber wenn du nicht viel hast, ist nicht schlimm. Du kannst doch einfach mal eine nette E-Mail schreiben. Das geht auch. Es gibt viele, viele Wege, sich dankbar zu zeigen. Äh... Danke. Welches Mikro hast du? Ein Shure SM7B. Mich stört es nicht und ich schau jeden... Okay, okay, okay. Was ist deine E-Mail? Auf Kanalinfos ist eine E-Mail. Okay, da musst du anklicken, so E-Mail anzeigen und da ist eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr einfach hinschreiben. Hast du eine Glatze wie Mark Förster? Ne, guck mal, hier hinten. Ich kann mittlerweile Zopf machen, Alter. Vielleicht nächsten Stream. Ist schon komisch, dass die selben Fragen reinkommen. Ja, das Ding ist halt, es kommen halt immer wieder neue Leute, die diese Frage eben stellen wollen und noch nicht da waren, als ich sie schon beantwortet hatte, ne? Das wird sich auch nie ändern. Das wird, selbst wenn ich die nächsten, wenn ich bis 20, 30 noch YouTube mache, ne? Und wir immer noch so genug Erfolg haben, dass ich davon leben kann, weil mehr will ich ja gar nicht, äh, werde ich immer noch diese Fragen beantworten. Und dann werden Leute immer noch fragen, wie alt bist du? Und ich werde immer noch sagen, 13. Äh, Lina, du darfst ruhig du sagen und mein Hund sei ein Labrador und heißt Sam. Hast du eine Freundin? Nein, ich habe eine Frau. Kannst du ein Starter-Mikrofon empfehlen? Blue Yeti. Ist ganz gut. Ich Fragezeichen. Tschüss. Bitte stream nicht so spät, muss um 21 Uhr schlafen. Lieber Diego, das ist natürlich doof, aber ich kann nichts dran ändern. Guck mal, wir sind so viele, wir sind jetzt gerade 1700 Leute. Und davon gibt es Leute, die müssen nachts arbeiten, ja? Und es gibt Leute, die müssen um 21 Uhr ums Bett, um 22 Uhr, vielleicht auch schon um 20 Uhr. Oder vielleicht fahren die um 20 Uhr los zu arbeiten, ich soll früher streamen, keine Ahnung, ja? Ich kann es nicht jedem recht machen. Und deswegen habe ich eine Uhrzeit gewählt, die für mich passt. Das Einzige, das Einzige, was ich überlegen könnte, wäre zu sagen, okay, wir verschieben diesen Stream wegen mir auf Freitag 20 Uhr. Vielleicht auch Samstag 20 Uhr oder keine Ahnung, ja? Wobei ich da noch Ärger bekomme. Mit der Frau. Kann man Minecoins kostenlos bekommen? Nein, kann man nicht. Das ist fake. Wenn du irgendwo liest, ja, hier gibt es Minecoins geschenkt oder Minecoins gratis Karte, bla, es ist fake. Mach das nicht. So. Ja, ich bin immer noch 13, Mann. Dann wirst du ein neues Video machen, morgen. Bitte sagen meinem Sohn Fabian Hallo. Hallo Fabian. Hi, schön, dass du da bist. Du bist ein super Typ, Fabian. Und dein Papa auch. Oh. Was, bei dem Chat sieht man meine Nachricht nicht, oder was schon da? Ab heute Jahr weiter ist es mir gekommen. Yay. Wie heißt du in Valorant? Das spiele ich schon vor lange nicht mehr. Äh, wann kommt Creeper Farm? Keine Ahnung, wir brauchen erstmal Kakaobohnen im Bedrock Guide, damit wir endlich... Vielleicht muss ich den Marktplatz auch ein bisschen bunter machen, weil ich würde den ungern nur mit Wolleblöcken, diese klassischen Wollblock-Dächer und so, würde ich gerne nicht machen, sondern mehr mit Bannern und Teppich arbeiten, um das Ganze so ein bisschen dezenter zu bekommen, ne? Zeig mal deinen Hund. Nö, geh auf Instagram gucken. Gibt es Leute, die mit 13 einen Bart haben? Ja klar, hallo? Würdest du etwa sagen, ich lüge? Ja. YouTuber lügen nie. Egal, was die sagen, du musst den... Nein, glaub denen nicht, ja. Egal, was die sagen, hinterfragt das nicht. Stell dir mal die Frage, ist das richtig, was die sagen? Natürlich bin ich nicht 13, aber der Gag ist halt immer noch am Happenen. Spielst du privat noch Vintage-Story? Nein. Was hast du für eine Grafikkarte? 2080 Ti. Aber ich wollte mir demnächst eine RTX 3090 bestellen. Und dann können wir Minecraft in 4K mit Fat Ray Tracing und so machen. Und dann geht nicht mehr Grafik, dann haben wir das Beste. Hast du einen guten Schulabschluss? Ich habe studiert. Wie kriegt man die, aber die muss man kaufen. Heute also Bauern-Trampe. Ja, also heute bin ich dann mal in Naturzustand, ja. Heute bin ich in Naturzustand, heute bin ich ein Bauern-Trampe, genau. Wo wohnst du? In der Nähe von Koblenz. Und wie alt bist du wirklich? Es ist doch vollkommen egal, wie alt ich bin. Das spielt gar keine Rolle. Du hast ja... Oder guck mal, Menschen... Ich verstehe das nicht, warum das im Internet so eine Rolle spielt, ne. Menschen haben im echten Leben, zum Beispiel ich, ja. Ich habe ja meinen Papa auch gerne. Es ist doch egal, wie alt er ist. Und wenn ich jetzt jemand anders kennenlerne, wegen, ist egal, ob das vielleicht ein Sozialbetreuer ist, ob das eine Kassiererin ist, ob das mein Hausarzt ist, ob, ja, der auch in dem Alter ist. Es ist doch egal, wie alt er ist. Wenn ich gut leiden kann, kann ich gut leiden. Weißt du, ein Alter sollte überhaupt keine Rolle spielen. Das ist vollkommen wurscht. Deswegen finde ich die Frage so überflüssig. Und sagt immer, ich bin 13. Und genau so ist es mit, ähm... Zum Beispiel wurde früher noch ganz oft gefragt, ob ich schwul bin, ja. Also, ob ich auf Männer spiele. Es ist egal. Diese Frage, guck mal, es stellt nur jemand diese Frage, der ein Problem damit hat. Jemand, der absolut im Reinen damit ist, der stellt diese Frage nicht. Oder bist du groß, klein, dick, dünn, Männlein, Weiblein? Magst du Jungs? Magst du Mädchen? Magst du keiner? Es ist alles egal. Unsere Fragen, die sind egal. Die werde ich auch nie wirklich beantworten. Hm. Das ist ungefähr bei mir in der Nähe. Ja, das kann sein. Last Abenteuer Singleplayer, ganz klar. Hast du schon mal Twilight Forest gespielt? Boah, das ist super lange her. Da war das noch relativ neu. Hm. Wohnst du in einem Dorf oder in einer Stadt? Also, es ist offiziell eine Stadt. Minecraft-Lego? Keine Ahnung. Habe ich keine Meinung zu. Habe ich noch nicht angeguckt, noch. Moin Lars. Hallo, Dominik. Du siehst aus wie zwölf. Ja, siehst du. Felix, danke schön. Vielen Dank für deine Videos. Hat mir gerade in den Phasen, in denen man keine Idee mehr hatte, weitergeholfen, munter bleiben. Dankeschön, Felix. Sehr lieb von dir. Äh. Ich habe meinem Vater Minecraft beigebracht. Ja, dann hat Montal auf jeden Fall es drauf. Also, mein Vater, den kriegst du nicht mehr in den Rechner. Also, der muss Futeballe gucken. Ja, der muss Fußball gucken. Und das war's. Nein. Marin, äh, Roleplay nicht. Wie sieht Koko aus? Ich weiß es nicht. Ich habe Koko noch nie gesehen. Dankeschön, Pascal. Du liest nie meine Nachricht. Kannst du, hallo, äh, was Benike sagen? Benike? Oder B-Nike? Also, Nike sein. Äh, wie, wie bekommt man Mods in der Bedrock? Das funktioniert quasi genauso wie in der Java auch, nur noch einfacher, weil du kein Fortune X brauchst. YouTube ist doch ab 16. Ja, aber wenn ich 13 bin, ja, dann ist YouTube 4. Verstehst du? Sag mal, herzlichen Glückwunsch zu Danny. Äh, hallo, Danny. Herzlichen Glückwunsch. Ich wohne in Koblenz. Darf ich dich mal besuchen? Nein, darfst du nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber es gab ja schon Vorfälle, wo YouTuber dann wirklich hart belästigt und belagert wurden oder Instagramer oder ist ja egal wer, ne? Aber einfach, weil man rausgekriegt hat, wo die wohnen und super viele Leute einfach da waren. Und das rund um die Uhr. Weißt du, rund um die Uhr. Die gehen ja nicht mehr weg. Das sind ja auch, das sind ja auch so viele. Man hat ja als Einzelner, als Fan oder als Zuschauer hat man ja kein Gefühl dafür, ne? Aber wenn du, wenn wir jetzt tauschen würden und du würdest auf einmal denken, oh damn, da könnten morgen 20.000 Menschen vor meiner Tür stehen. Einfach nur, weil die wissen, wo ich wohne. Da hast du echt keinen Bock drauf. Und du hast richtig fett Ärger mit Nachbarn, mit Vermieter unter Umständen, mit Ordnungsamt, mit Polizei, mit Sicherheitsproblemen, mit Verkehrsproblemen, mit... Und das ist alles dann meine Schuld. Obwohl ich nur hier wohne. Verstehst du? Benike, nicht... Aber warum musst du denn alles großschreiben? Du musst mich doch nicht anschreiben. Äh, anschreiben. Ja, Laos, würdest du, wenn es möglich wäre, mit Krogo was zocken? Das war zu schnell raus. Der Chat hier, der Chat ist zu klein. Da kann man Spark aufwischen, ja. hallo spiel vintage story bitte nein könntest du hallo sagen herrissimus caesarus könig unus was ein name bis zum 29 februar geboren nein kannst du mal zeigen wie man sich mods holt habe ich schon wir können einfach mal die stefanie so mundtot machen für fünf minuten die braucht ihr nicht rexack rum brüllen im chat das macht man nicht stefanie ja wenn deine mama das wüsste das ist echt nicht nett hier sitzen echte menschen ja und du willst auch nicht dass andere menschen nicht einfach random beleidigen so geht das nicht fang bitte an wäre nett sabine hat man nett gefragt das finde ich gut also nicht dass sabine nicht nett fragen wie klingt das denn ist es schlimm dass ich erst mal mit youtube begonnen habe weil ich ja ein video von 0 9 9 10 erinnerst du dich an mich schattenkinn gehst du mal auf die games kommen ich war bis jetzt immer auf der games kommen also ich war 19 18 17 18 oder 19 dann war ich also 1 18 oder 17 war ich nicht da. Ich wollte 2020 eigentlich mit dem Joe auf die Autogramm-Area. Wollten wir uns da ein Stündchen oder zwei hinklemmen, damit jeder hinkommen kann, der sich mit uns unterhalten kann und so weiter. Dann bekommt jeder so ein paar Minütchen. Hat ja nicht geklappt. Koroni sei Dank. 2021 wird auch nicht klappen. Koroni sei Dank. Oder eigentlich den Beppos, die meinen, Corona gibt es nicht. Ja, sei Dank. Aber es sind halt Dullis, ne? Aber 22 wahrscheinlich. Aber dann mit Koko. Und Joe. Vielleicht machen wir es zu dritt. Ist egal. Kriege ich ein? Gute Nacht, Nelly. Gute Nacht, Nelly. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Freut mich. Kannst du mir einen guten Anime raten? Auch da gibt es viele. Das kommt drauf an, wie alt du bist. Also, wenn du jetzt erwachsen bist, dann würde ich anfangen mit Deadman Wonderland oder Death Note. Neogenesis Evangelion ist auch sehr gut. Das sind alle alt, ne? Oder Attack on Titans ist auch gut. One Punch Man finde ich auch super. Hab schon viele Häuser gebaut. Habe ich jetzt schon dreimal gelesen oder so. Warum spielst du kein Vintage Story mehr? Es ist mir... Guck mal, Minecraft ist sehr simpel gestrickt, ne? Und Vintage Story ist mir zu komplex gestrickt. Hey, hast du und deine Frau das Kinderzimmer fertig? Saber, dankeschön. Nein, meine Frau und ich, wir lassen das Kinderzimmer machen. Weil, guck mal, ich bin am Tag zwölf, vierzehn Stunden hier mit beschäftigt und die ist halt ein Walfisch und Kugel durch die Gegend, weil sie schwanger ist. Und deswegen wird das Kinderzimmer zwei Wochen, zwei, drei Wochen wird es aufgebaut. Also, lassen wir es aufbauen. Äh, mein Bruder, drei Jahre Arbeit zu stören. Hä? Drei Jahre Arbeit zu stören? Was mach jetzt los, bitte? Ich freu mich auch auf Lars' Abenteuer. Es macht so Spaß, Charaktere zu vertonen. Es macht so Spaß, Cutscenes zu machen. Es macht einfach alles so Spaß. Es ist schade, dass es so super aufwendig ist. Ich würde das gerne jeden Tag machen, aber das schaffe ich nicht. Es ist auf jeden Fall bei weitem aufwendiger als, ähm, Minecraft Freedom. Aber es geht in dieselbe Schiene. Danke, Pascal. Ich gerade. Danke, danke. Dann sieht man ja endlich, wie Kroko aussieht. Ja, Kroko, den sieht man doch bald. Bist du zufrieden, wie es gerade auf YouTube läuft? Äh, ich, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin einer der wenigen Gewinner. Ich, überleg mal, wir haben, äh, ich könnte dir das jetzt sagen, wir hatten im November, haben, glaube ich, vier Millionen Menschen den Kanal geguckt. Im Dezember fünf Millionen. Jetzt sind wir bei neun Millionen. Bei neun Millionen Menschen, die den YouTube-Kanal gucken. Weißt du, wie viel das ist? Wir gehören schon fast zu den Big Playern im YouTube-Bereich, was die Views anbelangt. Das muss man sich mal geben. Also, neun Millionen. Das ist so, so... Weiß nicht. Das ist überall da, wo so... Ach ja, das ist mehr als Daluka. Das ist mehr als... So viele. Das ist heftig, ne? Ja, das ist richtig heftig. Neun Millionen. Wenn man mal überlegt, sowas wie hier, dass es mehr als Maudado hat. Das müsste mehr... Könnte sogar mehr sein, als Zombie hat, ja? Also im Moment ist das richtig krass. Sea of Thieves mag ich total gerne. Hast du ein Kind? Nein, ich habe kein Kind. Grüßt mich, Lars. Ich heiße Erik. Hallo, Erik. Und mein YouTube-Aufklär-Kanal, wie gesagt, ziemlich fehlt. Moment, aber die Zeit. Das Kind wird wahrscheinlich Elias heißen. Nintendo Switch. Ja, ich habe alle Konsolen. Was hast du mit Spark geredet? Och, verschiedene Dinge. Ich habe zum Beispiel mit Spark darüber geredet, ein eigenes Minecraft-Buch zu machen, weil er hat ja schon welche und er weiß, wie das funktioniert. Mit Verlagen und klar. Weil ich hatte da eine andere Idee für ein Buch. Nicht so wie er. Du ignorierst mich gar nicht. Hast du Abi? Ich habe studiert. Also ja. Nein, du bist nicht zu spät. Du bist nicht zu spät. Wir spielen gleich. Wir spielen gleich. Wolltet ihr dir mein dickes Danke da lassen? Habe erst mal mit Minecraft angefangen und deine Videos haben mir sehr geholfen. Dankeschön. Yay, freut mich. Und wir haben Pascal. Moin. Pascal, recht jetzt. Ist schon Nummer drei. Ja, Schluss hier. Aber danke. Warum machst du nicht so mit Joe? Das passt im Moment einfach nicht. Ich wollte eigentlich beim Joe, ich wollte eigentlich bei, ähm, seinem Among Us wollte ich eigentlich mitmachen. Ich habe auch mit dem Joe geschrieben. Habe gesagt, hey, wenn die mir fertig ist und so weiter, sagst du Bescheid, bla. Hat er vergessen. Ich sehe auf einmal so auf YouTube Among Us mit Craft Attack Truppe oder so. Ja, hat er leider vercheckt. Das passiert halt. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Und ansonsten passt es halt im Moment nicht so gut zusammen. Siehst du Kroko auch privat? Nein, ich habe Kroko noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ja, ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, ob er groß ist, ob er klein ist, ob er dick ist, ob er dünn ist. Aber ich habe, ich habe auf jeden Fall Kroko nicht böse gemeint. Aber ich habe so irgendwo so ein... Ich habe so... Also in meiner Vorstellung stelle ich mir Kroko... Alter, was geht denn jetzt ab hier? Okay. In meiner Vorstellung stelle ich mir Kroko vor, wie so... ein... Thomas Müller auf Hipster. Kroko? Ich bin gespannt. Hallo Leander. Bringst du dein Kind, wenn es vier Jahre ist, Minecraft-Spiel? Wollte mal fragen... Hä? Nee. Nee. Wenn es irgendwann mal ein Minecraft-Spiel mag, darf ich das gerne tun. Aber bestimmt nicht mit vier. Easy-Cheesy habe ich nicht live getroffen. Nein. Wie lange geht der Livestream noch? So lange, wie ich Bock habe. Würdest du gerne bei VARO5 dabei sein, falls VARO... Nein, es wird kein VARO mehr geben. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, seid doch mal realistisch. Und nein. Ich bin kein PvPler. Ich bin da leider... Äh... Ich stelle mir... Ich stelle mir Kroko wie Minecraft-Steam vor. Haha. Hat Kroko auch einen Kanal? Was? Klar, Krokodile-Andi. Er hat bald 100.000 Abonnenten. Brauchst du? Nope. Die meisten Fragen drehen sich echt so um. Kennst du den und wirst du mal mit dem Videos machen? Ihr könnt sicher sein bei allem... Nein. Zu größter Wahrscheinlichkeit nein. Du bist MrBean auf YouTube. Oh, das ist ein mega Kompliment. Das wäre ein mega Kompliment, wenn ich MrBean auf YouTube wäre. Okay, pass auf. Wollen wir anfangen? Wir fangen mal an, oder? Ich würde sagen, wir fangen mal an. Langsam haben wir genug, oder? Langsam haben wir genug. Wir fangen mal an zu... Zu Dadellen. Dadellen? Kennst du Dadellen? Die kann man essen, die Dadellen. Und die sind echt eklig, Dadellen. Oh, warte, hier ist er noch... Ne, mach mal weg hier. Auch kein Adobe Premiere mehr. Ist ja auch noch auf. Hier sind alles auf. Oh, TikTok-Videos. Ich bin seit einer Woche nicht dazu gekommen, TikTok-Videos zu machen. Ganz schlimm. Bist du schon mit dem Burby erfertigt? Nein, nicht ganz. Aber ich dachte mir so, nach dem zweiten Stream habt ihr da weniger Lust drauf. Langsam ist das so... Ein bisschen die Luft raus. Ich bin ja immer für Abwechslung, ne? Und außerdem, um die Map komplett durchzuspielen, solltet ihr das ja dann auch selber machen, weißt du? Ich möchte euch nicht alles vorwegnehmen. Grundsätzlich musst du nur guten Content machen, um auf YouTube erfolgreich zu machen. Nein. Das ist leider der Trugschluss. Der Content ist vollkommen egal. Am erfolgreichsten ist absoluter Trash auf YouTube. Das ist so. Da brauchen wir nicht drüber reden. Absoluter Trash ist am erfolgreichsten. Ja. Sich weglachen, Beef, etc. Das am erfolgreichsten. Da musst du nichts für können. Wichtig ist, dass du YouTube verstehst. Das ist wichtig. Hattest du schon immer vor, so groß zu werden? Liebe Lisa, ähm... Ja und nein. Also mein Ziel war es, von YouTube leben zu können. Jetzt bin ich an einem Punkt, dass ich von YouTube gut leben kann. Ich werde nicht reich oder so, was immer alle denken. YouTuber werden nicht reich. Äh... Ich kann davon aber gut leben. Ich kann davon so gut leben, dass ich einen Cutter einstellen will dieses Jahr. Der braucht ja auch sein Geld und seine Urlaubstage und seine Krankenversicherung, Sozialversicherung, bla, den ganzen Käse. Aber, ähm... Mehr will ich nicht. Alles, was darüber hinaus ist super, spenden wir zum Beispiel am Ende bei Friendly Fire. Jeder, jeder like einen Cent, ne? Aber... Wie groß ich bin, ist mir egal. Es müssen nur genug Leute gucken. So, pass mal auf. Wir machen mal jetzt... Wir machen jetzt mal... In-Game. Nice mit der Kamera. Das läuft. Das funktioniert richtig gut. Guck mal, die Kamera hier. Guck mal. Oh, nee, 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 nee. Tschö. Ich hab den Creeper einfach den Haaren zugedreht. Ja, okay. Legen wir los. Marketplace. Ich muss immer... Chat... Wenn ich... Stumm bin... Nee, gar nicht Marketplace. Ah, geh weg. Ich will nicht. Ich will spielen hier. Neu erstellen. Mehr entdecken. Wo ist das? Elftown, Elftown. Wo war das? Wo war das? Oh mein Gott. Hier, Farmlife. Yay! Von Pixelherz. Diese Welt erschaffen. Musik passt gerade eigentlich voll. Jetzt versuchen wir... Tipp, 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 tipp. Ich hab in einem Video gehört, dass du einen Hörschaden hast. Ja, ist ja auch so. Ich hab einen Schaden. Ich höre schlecht. Ich hab einen Hörschaden. Wann kommt ein neues Bedrock-Eight-Video? Kam doch heute erst. Was ist denn los mit euch? Was sagt jemand so vor, dann? So, gib mir jetzt. Warte. Mikro stumm. Ich habe ganz elegant die Nase hochgezogen. Hat keiner gehört. Okay, Farmlife. Oh, nice. Guck mal hier. Eigentlich gar nicht nice. Die armen Tiere, ne? Mhm. Okay. Mit RTX am Start. Das ist klar. Wir müssen erst mal gucken, was wir machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Man sieht alles, ne? Ja, alles gut. Alles tut die. Er lört sich auch an. Alles gut. Okay. Gibt es hier oben irgendwas? Ich weiß noch nicht. Soll ich die Musik ausmachen? Und wir haben mehr Minecraft-Sound? Oder wie? Okay, hier oben ist schon mal nichts. Dein Schweinekarussell war super. Ja, das war ein bisschen doof, das stimmt. Alter, was leuchtet denn die Birke hier? Was ist denn mit der Birke hier los? Die geht aber auch ab. Spielst du mit RTX? Ja, ja. Sie ist ja RTX on hier. So ein paar Blöcke drehen hier voll ab. Uh, guck mal hier, guck mal. Oh, oh, oh. Guck mal, Jiminy. Jiminy, die Grille. Und ein Truck. Nice. Das ist ja cool. Oh, mit Tür aufmachen. Ist ja nice. Boah, ist der laut. Brumm, brumm. Ich kann nur Papa werden. Ich bin prädestiniert dazu. Das ist ja cool mit den offenen Türen. Gehen die auch irgendwann von allein wieder zu? Hallo? Oder muss ich sneaken und rechts klicken? Ja, sneaken und rechts klicken. Okay. Oh. Kann ich das irgendwie öffnen? Nee. Ey, was denn hier passiert? Warte mal. Das war voll das schnelle Tier. Okay, was muss ich denn machen? Niemand sagt mir hier irgendwas. Warte mal, warte mal. Ähm, Oakfield Farm. Ja, es gibt hier so Ausrufezeichen. Okay. Was ist mit, was ist denn hier mit ihm? Mit Grandpa. Grandpa ist am Schlafen. Okidoki. Dann gucken wir mal hier drüben bei Grandma. Cool. Cool. Voll laut, ne? Aber voll gut. in der kiste im haus Sebastian was geht relax ich war ein spiel das banjo aber pass auf spinnen ok finde ich schon cool jemand hat gesagt hier ist eine kiste drin wo ist hier eine kiste 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 hier aber ich hab da kiste was haben wir hier oka kaffee auf jeden fall und brownies nice und moneten und überhaupt alles okay das ist das ist ja schon mal was also diese musik die jetzt läuft es in minecraft okay die ist auch nicht so laut gut okay wir haben auf jeden fall ein bisschen geld wir am kaffee läuft so jetzt haben wir da ein ausrufezeichen da ein ausrufe ich gehe erst mal hier hin das mal auf haben wir hier oh sam nice sam ist am start sieht zwar nicht aus wie ein labrador aber ist am start warte was haben wir hier wie cool ok wenn die bitte wirklich so machen in minecraft das ist viel viel cooler das ist so viel cooler einfach hallo emilie ja ja vogeleier sind eine sehr nützliche nahrungsquelle schon seit der prähistorie aber voll cool also ich finde diese hühnerstallidee finde ich super könnte man ein bisschen verfeinern und die hühner sind ja cool oh ne warte ach ne hier habe ich keine hühner die hühner habe ich nur im talk screen schade sonst könnte ich jetzt unsere minecraft chickens hier einblenden aber die sind schon mal cool ja pass auf karen kann also blumenkaren kann ich kann ich nehmen und fahren oder ist das deko 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 ok was haben wir hier aber wer bist du ach alex der winkt auch hallo alex wenn du zwei erwachsene tiere fütterst werden sie ein baby bekommen danke ich spiele ja nur schon so ein bisschen minze minze raft minze raft oh ein normales schaf das ist aber langweilig will ich jetzt nicht mehr ich will keinen normalen schaf mehr das ist jetzt öde wir haben jetzt coolere tiere gesehen jetzt müssen die auch immer so aussehen so wer bist du denn ähm larry larry muss man zum arzt glaube ich ach so aber guck mal hier der ist gerade durch sich selber durchgelaufen hast du gesehen guck mal guck mal guck mal hier guck mal hier der läuft durch sich selber was ist da los ja ich respektiere die bienen damit sie mir nichts tun am an der läuft durch seinen eigenen kopf das haben wir noch wir haben auf jeden fall bäume wir haben ein riesengingens da ich habe keine ahnung von farmwerkzeug und maschinen ich bin da ein absoluter lobobo was ist das hier muss ich mit dem muss ich mit dem träger da dran oder muss ich ich glaube mit dem träger ne pass auf wir gehen wir gehen mal zum träger alter wie die grillen hier durchdrehen was denn los mit denen oder wir reden erst mal mit denen bevor wir zum zum dingens gehen dorothy guide ah die hilft uns hey du äh ich hab nichts zu verkaufen aber äh i suggested you visit the farmers market in sunshine town to buy things like new machinery ah aber ich denke dass du irgendwann mal den markt in sunshine town suchen wirst um neue sachen zu kaufen ähm ist nicht sehr weit weg von hier ähm du musst nur ein bisschen geld oder items mitnehmen dahin ja okay und jetzt muss ich hinfahren ich kann ja mal hinfahren maybe ich fahr mal hin können wir da hinfahren von hier aus also kann ich wirklich hier so sunshine markt ich komme erstmal meine ganze farm kaputt machen und der ist voll laut nein wir lassen die ziege mal in ruhe nein wir lassen die ziege mal in ruhe hey ziegenbock chill eine nugget ja so okay so was steht dann jetzt rechts anscheinend und links fruit orchards okay ab in die stadt die 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 farmer jones am start die 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 muss ich hier jetzt abbiegen äh ich glaube ne ja oder 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 nee svensson farm ach es gibt noch andere farmen okay dann fahre ich mal hier weiter mal witzig wie der chat sich so selbst äh selbstständig sobald der sobald der unbeobachtet ist weißt du also sobald der nicht mehr eingeblendet ist im bild selbstständig der sich voll das ist mal spannend selber da mitzulesen fahr mal nach fruit orchard nee mhm so was ist hier svensson farm okay ich habe kein standbild bei mir ist alles gut ich habe es gelesen mit standbild und black und so aber bei mir ist alles gut du wir sind gleich in der stadt aber jetzt mal abge das ist doch nicht dein da greift mich doch nicht eine ratte an oder was was bist du für ein hund geh weg was ist das alter geh weg lass mich in Ruhe so danke was ist hier los mit denen die können mich doch nicht einfach anknabbern hier so weiter geht's joel dankeschön nee was ich fragen wollte ist äh abgesehen jetzt von dem einen standbild hier ähm ist das diesmal weniger verpixelt und schöner als das letzte mal tschüss Hugo du kannst das auto mit farbstoff hemmen oh cool ne aber rot ist schon okay alter nice die stadt hier voll gut hey warum krieg ich denn immer schaden echt die ratte da oder was was ist denn los mit die ratte hör doch auf jetzt okay weil der laden am stahl jetzt wird es leider gerade dunkel ne hallo linda hm kaffee ist das zweitmeist gehandelte auf der erde nach öl okay und ja rtx ne wird ganz schön dunkel gibt's hier irgendwo ein bett ich muss gerade mal ich muss ich muss mal ich muss ich muss gibt's hier irgendwo ein bett ich muss mal schlafen danke damit wir was sehen so wir werden der farmer des jahres boah guck mal wie schön das glas ist ich bräuchte so einen strohhut und so ein gras im mundwinkel weißt du und dann nenne ich mich nur noch nenne ich mich nur noch billy ich bin billy der farmer von hey man hey hier ist ne schlange man und sag mal ey ich bin farmer jones ja ich mach euch so fertig was ist denn hier was ist das denn für ne stadt man das ist alles voll mit schlangen ja komm du auch noch hier danke weil du ach so mein gott wie zeug okay farmer jones hat's gelöst so was ist was ist denn hier mit mit sheriff bill overback ich werde bekloppt ey was ist das denn für ne stadt man dankeschön slave king jetzt geht's haut doch mal ab boah kindergartner nur noch danke so darf ich jetzt mal selber hier was ist denn los bill overback sheriff nein er heißt ntt.farmlife doppelpunkt machinery slash seller punkt ne da ging was schief da müsste man noch mal ran bei mir ist sehr gute bildqualität super freundlich da müsste man noch mal ran liebe madman da ist ein bisschen was schief gelaufen okay es gibt auf jeden fall vogelscheuchen old farm truck alter traktor großer traktor ein agrarflugzeug ein kombinierter ernter oder so ein alter traktor äh baler ich weiß nicht was es ist macht der so heuballen oder so okay 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 ich kenne das meiste gar nicht ich habe wirklich ich habe keine ahnung ich bin so 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 unfassbar unbewandert in farming maschinerien vielleicht haben wir den ein oder anderen farmer unter uns der uns da helfen kann aber brokkolisam okay für eins money für drei money kriegen wir brussels fruit ich weiß nicht mal was das ist butternut okay cabbage cauliflower celery chard was haben wir noch corn oh ich würde corn nehmen glaube ich glaube ich würde erstmal corn nehmen pass auf nehmen wir wenn wir erstmal sollen wir erstmal ein feld corn machen wenn wir erstmal ein corn machen oder was meint ihr welches spiel ist das bitte das ist minecraft wie heißt denn die map das ist farm life aus dem store ich werde oh gut ich werde nächstes mal werde ich einen link in die video beschreibung machen dass sie direkt zur map kommt ja ja corn 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 okay nicht kaufen warum denn nicht ne onion da machen wir beides was ein feld wo corn ist ok 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 dann dann nehme ich mal onions dann nehme ich mal onions weil ich hab da zwiebel auf dem kopf ich bin ein döner den döner ok reicht so bevor ich aber nach hause fahr würde ich gerne noch einmal mit allen hier so ein bisschen quatschen was haben wir denn hier bei linda linda hatten wir doch schon oder war das nicht ja die die kaffee tante genau naja wie kaffee sieht es nicht aus gut was haben wir denn hier hier haben wir entity farm life market.name auch samen ok was was haben wir hier lass mich raten entity farm life.market.name auch samen ok chef koch susi oder was nein es ist entity.farmlife.chef ok die namen oh howdy jetzt ein cowboy und er heißt entity farm life cowboy ich bin zu gut warum kauft er den poop er kauft doch nicht mehr den poop hey lady haben die vielleicht ne tüte voll poop vermisst ich gebe ihnen auch ein monetensteinchen dafür ja lady poop eggwell poop lady das ist doch ja dünger aber man das ist ein kackhaufen ja samen ne ok gut ich ich äh ja poop was soll ich dazu sagen gibt ja nicht noch mehr die stadt wirkt relativ klein und kann man das können wir meinen nicht stehen lassen ich nehme den grünen mit so warum nicht ich hätte gern grün ähm was ist denn komm ich wo ist das hier dunkel oh das ist eine spinne ne ich habe gar keinen bock drauf geh weg spinne ähm was ist denn hier wow ich dachte etwas leuchtet dahinter und dann sowas okay das ist wieder chef koch ne also die sind alle boah das lag immer voll also ich habe jetzt auch ein standbild wenn ich die anklicke ne hm ich habe in der nähe eine villa ja 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 ganz ruhig ich muss ja ich muss ja mal selber ein paar sachen entdecken ja nicht alles vorher verraten das wäre ein bisschen doof äh ist hier irgendwas drinne nö 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 danke oh guck mal voll süß ne noch voll klein voll klein aber nicht auf der autobahn spielen da kommt ein traktor warte warte ich pass auf ich rette ihn traktor nein so ein vorspring okay fahren wir mal nach hause gucken wir erstmal das feld an wie wir das ernten und so weiter ne ich glaube das macht erstmal mehr sinn bevor wir jetzt hier direkt in der stadt ein auf donald trump machen und fett einkaufen äh junge ja wink doch nicht du steckst in einem auto du hast andere probleme was los mit den leuten hier lars fahren mit dieser map ich habe den hund angefahren aber der ist hochgesprungen was haben wir hier spruce wood farm ne da wollen wir aber nicht hin fahren wir erstmal heim kann ich ein bisschen chat lesen wir wollen doch den grünen ja ich kann ja ich kann ja nicht einfach autos klauen zähm den ich habe doch nichts zum hunde zähm oder ja doch ich habe fleisch ne aber ich bräuchte knochen wie bekommt man die pillager auspisten karte pillager außen posten karte oder was dann weiß ich nicht welche meinst ähm entschuldigung 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 aah wie die einfach nach hinten fliegen da was denn mit denen los warum 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 rennen die denn hier einfach auf der straße rum das geht doch nicht ja man du musst nach hause gehen äh pff Hilfe die kuh will mich töten du blöde kuh fahr 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 äh ich glaube die tiere wollen die weltherrschaft an sich reißen ne kuh kuh nein kuh nein okay ich oh tschuldigung tschuldigung gibt's bear ribs ja so geil weißt du weißt du schreibt jemand ist das l auf deinem rücken für loser und kann nicht mal loser richtig schreiben mhm mhm hallo vögel bin ich jetzt eigentlich an meiner farm schon vorbeigetüdelt ne oder warte wir müssen mal ich können mal gucken ob wir ich weiß ich glaube ich bin an meiner farm schon vorbei ne oder umdrehen okay oh mein gott oh mein gott die död mich oh mein gott mein auto war doch ganz gut hätten wir locker mal drüber fahren können ich finde minecraft rtx bräuchte noch besseres wasser was zum teufel noch besseres wasser okay so was können wir denn jetzt erstmal hier schnabulieren ne den bojito denk ich mal blueberry pie und so da ist denn mal was ich weiß ich bin gerade viel in hier ne der pose unterwegs aber wir gehen jetzt mal schlafen und dann schauen wir uns mal unser feld an und was wir so ernten können und womit wir kohle machen können und warte sag mal hat inge essen gemacht inge ach kaffee der kaffee nehme ich immer gerne ne so zum kaffee und kuchen das ist doch nicht dein ernst kaffee jetzt muss ich hier die farm auseinander nehmen so okay gruselig einfach nur gruselig wenn sich so so tierschädel in die bude hängt einfach nur gruselig ich könnte auch mit solchen menschen nichts nicht ich könnte mit denen nicht reden ich würde mir einfach denken die sind so gruselig so poop im inventar ja wahrscheinlich von den ratten oder so wahrscheinlich von den ratten so also ihr habt gesagt wir haben hier guck mal da das sieht doch aus wie ein feld nach ähm hallo diese ganzen heuschrecken hier die sind einfach so riesig groß so das hier kornfeld ne und das hier keine ahnung könnte verschiedenes sein bananen ich würde überhaupt einen bananen stauen da hinten ist auch noch ein ausrufezeichen ich muss mal gerade gucken wie geht das denn hier wir haben wir haben hier drüben ich habe das gefühl das hier ist so eine tutorial ecke weil guck mal wir haben hier so ein mein gott die nachbarn wieder was kann ich dafür dass euer käse nicht wächst ja lasst mich in ruhe nur weil meine farm schön läuft und wächst ja kann ich nichts für euren Mist geht weg jetzt so geht weg ihr solltet mal aufhören euer Mist zu essen ihr seid ganz schön grün ja so geh weg 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 ich habe weg gesagt weg weg ja danke kriege ich dann auch mal irgendwann eine baffe ok was haben wir hier mhm pear tree apple tree orange tree ok ich habe keine ahnung ihr müsst mir jetzt helfen wie ich den quatsch hier ernte was haben wir hier oh guide hey bist du neu hier willst du dass ich dir ein bisschen mit den Feldern helfe naja attach the plug attachment to the tractor by driving into it then drive to one of the fields and activate by pressing the jump key to start ok dann versuchen wir das mal also bitte bitte hier ne es ist dran ging schnell ok ähm entschuldigung ihr heuschrecken ihr müsst mal ihr müsst mal ihr müsst mal weichen hier wenn ich jetzt hier der allerechte papi hi danke ähm wenn ich jetzt und jetzt kann ich ach wie cool ok das finde ich saugut das finde ich mega gut Schwein oder Schaf 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 haben wir eigentlich echte Bauern hier haben wir echte Bauern hier wie oft kommt das vor dass ihr so Tiere schreddert unter eurem Traktor und und Mähdrescher und so ich meine man liest das hier sehr oft und es gerade so Igel und solche Sachen in Feldern immer überweggeschreddert werden ich hab oh Flugzeug ich hab letztens sogar gelesen dass man Obdachloser in so einem Feld gepennt hat und dann von so einem Mähdrescher weggeschreddert wurde das ist für den Bauern bestimmt auch nicht geil aber ich meine das passiert mir hier schon recht häufig und wir sind hier in einem Spiel nie selten oft noch noch nie glaube ich nicht noch nie kann ich mir echt nicht vorstellen weil vielleicht kriegt man es nicht mit oder so man sitzt auf große Traktoren und bla ne aber bestimmt so Mäuse Igel und so weiter also die überleben doch nicht da drin oh Wildschweine sind oft im oh die armen Schweine aber ich hab da glaube ich auch ist der Traktor zu laut ich hab da auch so ich glaube ich hab da ne Fall ich könnte nie Bauer sein so weißt du ich hab da so ich hätte Angst da so jedem Tier weh zu tun ich setze ja auch Spinnen wieder raus und so ne also im echten Leben bin ich halt wirklich so bin ich halt voll lieb guck mal wie das Rohr vorne zuckelt bin ich halt so voll der Tierfreund ne so aber ich glaube ich könnte das nicht deswegen esse ich auch verhältnismäßig wenig Fleisch zum Beispiel ich esse es und ich weiß wo es herkommt und so ne äh aber ich esse zum Beispiel fast nur noch Bio fast nur noch Bio Fleisch und eher wenig alle Silvio Dankeschön und eher wenig weißt du manchmal die Nachbarskatze ach so die Nachbarskatze hast du dreimal im Schredder ja okay ja die hat's aber drauf die Nachbarskatze so ey das dauert voll lange hier geht das auch größer und vor allem machen die blöden Grillen das wieder platt oder oder trocknet das aus so wie das in Minecraft halt so ist okay warte 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 wie 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 kuppel ich das denn wieder ab wie kriege ich denn das Dinge wieder wieder los vom vom Trecker so jetzt ist ja hoch kann ich das jetzt irgendwie ja ihr sagt alle ich soll das Flugzeug nehmen press sneak alter shift click okay warte 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 alt F4 haha der Witz ist zu alt okay pass auf shift click macht Sinn Bauern müssen halt quälen ihre Tiere die müssen halt zusehen dass sie sich auch über Wasser halten habe ich gerade gelesen stimmt ja auch alles richtig ich will ja gar keinen Bauern verurteilen oder so ich sag nur ich könnte es wahrscheinlich nicht so ich fahr dir mal gerade hier weg ja ja also ich hoffe so ne der Wildschweine vor allem und rege können sogar das quasi den Drescher und so kaputt machen weil die halt echt schwer und massiv so meine andere kann ich jetzt kann ich jetzt den Drescher da dran machen kriege ich den das wäre voll lustig nee ach was auch okay das ist cool 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 das ist schon cool das macht schon Spaß maybe maybe so okay einmal was denn mit dem hier mit dem kann ich das nicht machen der sieht eher aus als wird der ernten hier so durch die Felder da so fahren und so hast denn Anhänger stehen lassen ja ja das war ja schon Absicht pass auf wir haben ja noch wir haben ja noch andere Gerätschaften ich kenne nicht mehr Blast ja das ist doch gut aber oh Amar Roman will beleidigen und YouTube hat es schon ausgeblendet oh Amar Roman jetzt darfst du gar nicht mehr schreiben musst du einen neuen YouTube Account machen ein Mais ein Maisdrescher genau okay also so ein bisschen kann ich mir das ja schon vorstellen aber es ist halt wirklich hier ich müsste jetzt hingehen und müsste hier quasi vier Zwiebeln ernsthaft jetzt vier Zwiebeln und wie gieße ich den Spaß also wird das von alleine gegossen oder oh guck mal hier ist noch mehr nice wird das von alleine gegossen Mann meine Stimme ich kann da gar nichts ein warum kann ich ich kann das nicht anpflanzen ah Brokkoli geht Weizen ah ok wahrscheinlich gehen die die Minecraft Samen gehen halt nicht ne weil die sind nicht gedacht so 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 und was haben wir noch Oats seeds ok 1 2 3 4 6 ok und lit oder so ist das nicht lustig wie das alles im Zaun connected hier Lars wie heißt die Map Farm live Farm live nutz ein Planter das geht so viel schneller ok Salat stimmt schon ok es gibt wohl ein Plantern etwas zum nass machen und ja das ist erstmal egal ich will gerade gucken wo das wo das wo das das ist ne also das zum gießen oder so und hier haben wir auch noch um die wir uns kümmern müssen also wir haben echt einiges vor hier ok das ist die coolste Slap in Minecraft ich oh mein Gott was ist da hinten los sag mal kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich nicht warte mal kann ich kann ich auf Peaceful spielen irgendwie überleben so friedlich ich hoffe es macht nichts kaputt ich habe ich habe keine Lust auf der Farm mich mit Zombies alles rumzuschlagen oh Weizen damit können wir die füttern dann kriegen wir Nachwuchse oh was hat die da warte was hat die da danke was ist das poop toll poop was hast du oh Edgar Edgar kein Wunder dass der bei den Schweinen steht nein make sure to keep your animals well fat they eat and drink from this trousse you can also feed them manually with various foods okay okay das heißt wir können hier einfach essen reinschmeißen oder wir können hier auch richtig füttern guck mal das ist der böse Stier wie viel kostet die die war um Weihnachten rum umsonst ich weiß nicht ob die immer noch umsonst ist und oh mein Gott ist das dunkel hier oben ihr seht bestimmt gar nichts ich sehe selber gerade so oh corn 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 und oat und hier haben wir corn 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 oat ok ok super wo muss ich hier hm inge bist du das ich sehe so schlecht auf meinem zweiten Auge ok Tiere auch sehr cool wir können die also auch rauslassen kriege ich eine Leine um die irgendwie zu führen hallo Michelle red mit deinen Pflanzen die hören dir zu ok ok und das hier ist mit RTX sehr merkwürdig so einmal ins Bettchen und dann nehmen wir die nächste Maschine morgen mal kann man aus leuchtenden Tintenbeutel auch leuchtende Tintenfarbe machen quasi du kannst ja einfach den leuchtenden Tintenbeutel auf Schilder knallen ja die Map sollte es für PS4 auch geben den Sildo Shader nicht Lars bist du frisch rasiert ich rasiere mich vor jedem Stream so weil bis nächsten Mittwoch habe ich wieder voll den Süßbärenstrauch am Start weißt du und dann geht das nicht ich bin ein Mädchen verliebt aber ich weiß nicht wie ich es dir sagen soll sag es dir einfach das klingt blöd es gibt keinen richtig sag es einfach es ist schwer aber sag es einfach so was macht der hier und was macht der tut der gießen oder was ich habe das Gefühl der sieht aus als würde er gießen wir holen wir gerade den Träger so den Träger hey Lars du kannst Pup schmeißen und Pup heißt Kacke ja ist mir schon klar dass Pup Kacke heißt ok wir holen mal den Träger wie bist du zu YouTube gekommen naja so wie du ich habe meinen Browser aufgemacht und habe www.youtube.com draufgeschrieben verrückt ne löscht deinen Shader ich bin eifersüchtig das macht doch gar keinen Sinn das macht gar keinen Sinn tschö warte den nehme ich wieder mit hier ist der dran nö hallo könntest du mal könntest du mal bitte hier komm könntest du mal kannst du mal jetzt danke das ist eine Säemaschine ok Lars Kaffee oder Tee Kaffee definitiv Kaffee ok aber wo ist denn ich kann doch nicht ups ich kann doch nicht ich kann doch nicht mit mit ich wieso ist das jetzt rot ich kann doch nicht mit Pup anfangen zu traden oder also ich kann doch nicht mit Pup ich kann doch nicht mit Pup meine meine Bauerkarriere anfangen das geht doch nicht wie kann ich denn die Sachen gießen ich bin verwirrt ich würde gerne Sachen gießen und so und da kann ich schon mal dreschen da gehe ich jetzt einfach dreschen weil ich es kann ich kann schon mal in Pup schmeißen aber das ist Geld wirfst du auch Geld aus dein Fenster so fuffis im Club ja machst du es auch hier ich schmeiße das echt da hinten hin also ernsthaft jetzt wie geil ist das denn ok egal äh ich hätte schon lange rein da gelbe Maschine ja mach ich jetzt nimm das Flugzeug und dann hm jo vielleicht machen wir aus der Farm ne Serie ich weiß nicht Giraffe in Türkis dankeschön so du scheiße ist der groß Entschuldigung scheiße sagt man nicht aber ich sehe nur hier vorne raus anders geht nicht dankeschön Giraffe so und wenn ich jetzt Leertasse drücke und jetzt kann ich hier ich verstehe schon warum so fette Maschinenfahren cool ist ich kann das schon verstehen hat es schon was ok zum gießen muss man kaufen okay die kacke ist dünger ja das ist mir schon klar dass das pupfen fass aufmacht megan oder wie ein franzose sagen würde grün sparen keine ahnung manuell mit deinen händen zu sammeln ist eine möglichkeit oder man kann auch ein ernte benutzen benutzen traktor mit einem planter attachment to plant the seeds more efficiently if you don't want to do it all by hand ok 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 aber ich habe gerade gesehen hier hinten ist noch was was war das jetzt ja du kannst die map auch bei der pocket spielen die pocket hat ja den selben store der verteilt gleich wieder samen ja macht er macht er gleich den boden hier ready und verteilt samen ist es so möchte ich den hast du presse presse ok bauer hat frau ja wo mein name ist ingo bau ja und willkommen zur ersten folge von bauart frau und unser kandidat in dieser staffel ist belach es ne ähm ist eine eine ballenpresse ah ok eine ballenpresse ok boah ich merke gerade echt dass ich dass ich von diesem bereich null ahnung habe ich habe ja von super vielen sachen habe ich ja ahnung und ne und reicht mein wissen auch allgemein aber von 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 landwirtschaft ich bin der größte noob wirklich wir fahren wir fliegen mal gerade weiter wir haben ja hier noch ein feld ne steht da auch noch irgendwas ja klar wer wert wird nicht lava sehen direkt neben seiner farm ok ok hier ist also nichts mehr drauf jetzt weiß ich aber immer noch nicht also zum gießen muss ich kaufen ja seh ich richtig oh da sind auch noch felder oha ok und wenn ich noch weiter fliege kommen dann noch irgendwie dinge es gibt eine stadt wo du was kaufen kannst ja das haben wir ja schon gesehen wir waren ja schon in der stadt ok hier ist offensichtlich nicht so viel aber ich sollte ja auch eine farm sein ne kriege ich bitte eine elytra das geht schneller und besser mit dem flugzeug kannst du glaube ich bewässern näher irgendwie nicht also die aktionstaste tue ich gerade tue ich ja gerade dingens also auf und ab fliegen es gibt eine große villa ganz weit weg ja gut das kann ja sein das ist doch nicht schlimm aber warte hier ist die andere farm also lass mal die andere farm kaputt machen direkt konkurrenz aus dem weg schaffen mhm gib mal her oh was baut der denn an ich kann das gar nicht kaputt machen also ich kann das nicht so Junge was hat der denn für ein traktor und was geht hier den will ich auch haben ich bin ich bin dezent neidisch aber ich klaue es nicht einfach oder sag ihm er soll ausmachen ich sage wir müssen uns das verdienen aber guck mal wie cool und ab dafür wow das ist viel schneller als eben landwirtschaftssimulator ok 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 weg hier ich bin ich bin very important also wir helfen natürlich unserem nachbarn nur ne jo nachbar alles gut bei dir läuft ne ich helfe dir grad mal wir müssen dann noch ganz weit weg ein paar arbeiten durchführen hat niemand gesehen ja hat niemand gesehen weil wir sind eine vertrauenswürdige person in der umgebung man kennt uns ja man weiß wir sind immer sehr zuverlässig wir gehen immer sehr friedlich mit anderen leute sachen um und wir haben einen neuen traktor also musst du das flugzeug betanken und dann kannst du mit dem flugzeug deine felder bewässern ok da müssen wir gleich das flugzeug wiederholen aber ich habe ich habe mir gerade ich habe mir gerade rein zufällig rein zufällig habe ich an der straßenrand ja habe ich so eine lady getroffen der ihr traktor ist liegen geblieben ja und die hat halt hilfe gebraucht und wir sind natürlich so gentleman like wie wir sind haben wir der dame geholfen und die hat uns dann ihren traktor halt überlassen weil die meinte hey das war sowieso die letzte fahrt ja ich habe das traktor business aufgegeben hier nimm doch meinen ja und dann haben wir und dann haben wir gedacht hey ok danke nice sehr nett von dir ja und jetzt haben wir ein traktor kannst du mal bitte hallo sagen hallo so äh guck mal hier das geht doch jetzt jetzt müssen wir nur äh 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 genau so guck mal jetzt geht das hier wieder da hier entschuldigung grille muss das ding wieder hoch machen hey das ding war doch hoch so boah wie schnell das jetzt geht jetzt können wir hier viel schneller hin und her gurken und alles machen ne hmmm noch einmal hier wieder was gehts grad ja wir wir sind wir sind äh wir sind farmer joe und wir müssen unsere eigenen felder bestellen und so und es wird grad dunkel wir gehen mal schlafen wir müssen gleich unser flugzeug beim nachbarn wiederholen ich habe das außerdem stehen lassen also war so ein bisschen doof aber gut ich muss ich musste der der frau nöten helfen weißt du die mit dem traktor ja ach genau Lars spendet ende des jahres für jeden like im stream 1 cent das heißt wenn wir bis zum ende des jahres 100 millionen likes zusammen bekommen dann werde ich arm sein aber so jetzt müssen wir ja wir müssen das flugzeug wiederholen betanken und dann können wir bewässern und ich muss doch irgendwie wo ist denn der planter es ist der tut ja der tut ja da umflügen also der tut das feld so umwälzen hmmm was macht der hier hinten tut der tut der Samen pflanzen oder so ich weiß nicht was macht der ich will mal ausprobieren ich will gerade einmal ausprobieren und zwar ne 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 danke so was macht der was war das denn ööö ööö bin verwirrt der ist zum pflanzen okay Was ist der gute Zweck? Ich werde es bei Friendly Fire machen. Weil die bei Friendly Fire ist ja selber ein gemeinnütziger Stream. Und die werden, die tun ja jedes Jahr ihre Projekte vorstellen. Und dann kann man auch direkt sehen, worum es geht. Shoot. Man kann hupen, okay. Ja, aber wie, 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 äh. Aber wenn ich hier das Schiff drücke, steige ich hier ab. Und mit Leertaste? Eigentlich. Warum steigt der denn aus, wenn ich einmal Leertaste drücke? Ich dachte, ich muss nicken dafür. Und das Ding ja irgendwie, das will nicht. Warte, ich fahre mal auf dem Feld. Ich fahre mal Rad aufs Feld. Ja. Und jetzt? Es ist eine, eine Grasvernichtungsmaschine. Nee. Moin zusammen. Hallo Lukas. Äh, wie geht der denn? Was muss ich denn tun? Danke. Was muss ich denn? Der ist ja, der ist ja nicht aktiv. Der ist ja, also irgendwie. Oder, wo wir drüber gefahren sind, hat der da was gemacht? Du musst E drücken. Nee, nee, E ist. Echt jetzt? Okay. Cool. Finde ich gut. Cornseeds. Ja, die zählen ja nicht. Nehmen wir mal Cornseeds. Jetzt gucken wir mal. Was macht der jetzt? Aber der pflanzt ja nix. Müsste der nicht. Na, ist Xbox oder Playstation? Definitiv Xbox. Äh. Aber. Ich bin verwirrt. E drücken. Ja, ich hab ja E gedrückt. Hier ist ein Inventar. Offensichtlich. Aber. Ich dachte, der pflanzt was. Nein, E ist ja was anderes. Jetzt soll ich E drücken. L drücken. E drücken. Alles drücken. Okay, das ist. Aber wenn ich jetzt. Wie gesagt, dann steigt der hier ab. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie krieg ich den? Vielleicht. So ist der ab. Okay, ich jetzt mal hier. Wenn ich jetzt hier draufgehe. Auf. Und drücke E. Hab ich auch diese. Okay, das hat schon mal nichts mit dem Ding da hinten zu tun. Ich weiß, dass bei Alt-F4 sich ein Programm sofort schließt. Da müssen Samen rein. Ja, aber ich krieg den ja nicht auf oder so. Warte, ich hol mal grad das Flugzeug. Was denn? Egal. Ich hol mal grad das Flugzeug wieder. Damit wir das schon mal da haben. Und dann können wir hier unterwegs mal gucken, was wir hier so finden. Hallo Fuchs. Na, alles klar. Hast du eins Shader drin? Ja, wir haben RTX hier an. Okay, ja, ja. Ja, gut, ja. Uh, RTX. Yay. RTX. Oh, schade. Das war's. Das ist immer nur ein Block tief. Bei zwei Blöcken könnten wir es schön zeigen. Entschuldigung. grad im Chat. Manchmal muss ich lachen drüber. Kommt nicht 1.17 im Juni dieses Jahr raus? Ja, Juni, Juli irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Aber irgendwann dann. Da ist die Straße, ne? Okay, dann sind wir gleich bei unserem Flugzeug. Mach das ganze Feld fertig, sonst ist das unsatisfying. Okay. Hier. Hallo. Oh, voll cool, ne? Voll cool. So. Jetzt aber Flugzeug. Lars, meine Mama hat angerufen. Sie will, dass du sie grüßt. Hallo, deine Mama. Auf dem Feld vom Ernter. Ist da noch eine dritte Maschine? Auf dem Ernterfeld? Warte mal, wo bin ich denn hier? Da ist Stadt. Ah, hier. Okay, ich muss da ganz hinten hin, ne? Ey, der hat das alles schön in groß hier auf seiner Farm. Ich kann das einfach alles klauen. Wann kommt der Snapshot mit den Glowberries? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann die kommen. Von den Snapshots krieg ich immer nur mit, wenn andere da schon Videos gemacht haben. Ich guck da zu selten. Aber lass mal gerade gucken, was der noch so hat. Hier, was ist denn hier los bei dem? Der hat auf jeden Fall ordentliche Trecker am Start. Wobei der sieht ein bisschen oll aus. Vielleicht auch einfach nur Silber. Könnte oll sein Silber. Hier, das Sortierquälerei. Ich mein, guck mal, dem sein armen Kuh. Das ist nonstop. Hey, ja, nonstop wird die angestrahlten auch noch in rot. Das ist die Aggro. Das wundert mich. Nee, guck mal hier. Äh, 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 äh. Ja, das ist, das ist ja, also, also, also. Jerry. Howdy. Äh, check me my body inside. Habt ihr was kaufen, wenn ich hier? Äh, 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 sollst halt wenn du mal gucken, so. So, was ist? Oh. Warte, 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 ist das auch unserer? Wie viele Mods gibt's eigentlich hier im Stream? Äh, 2, 3. Na, das ist unserer. PH8010. Okay, den haben wir auch. So, ähm, wie betanken wir denn das Flugzeug? Müssen wir eine Gießkanne nehmen? Ich guck grad, da hinten, warte mal, da hinten ist ein Loch, oder? Ich guck mal gerade. Woher hast du die Map? Aus dem Store. Ah, nee, sah nur so aus, war nicht geladen. Okay. Ähm. Hm. Okay. Wo betanke ich das denn? Wassereimer. Ernsthaft jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wassereimer? Das ist doch nicht dein Ernst. Seit wann ist dem Streamflut? 20 Uhr. Mhm. Und die, ich find, das ist, das find ich mit... Das ist hier, lass mal gucken. Okay, 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 okay. Auch ne Farm. Kann ich das Flugzeug hier einfach voll machen? Einfach so rein und dann ist das voll. So, quatsch. Oh, okay. 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 Warte, hier. Oder? Ist der das nicht, der gießt? Der gießt doch, oder? Ich mein, ich mein, sowas mal gesehen zu haben. In so Videos oder so. Glaub schon. Aber so einen haben wir auch zu Hause. Warte, warte, warte. Nein. Kommt der Stream online? Ja, immer. 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 Mein Lieblings-Mob in Minecraft ist echt schwer. Ich hab keinen. Ich hab wirklich keinen. Das ist eine Feldschwitze. Okay, ja, nice. Äh... Guck mal hier, da, da ist sie doch. Da, da, da. Okay. Ich werd jetzt mal, ich werd jetzt mal Samen von Hand pflanzen, ne? Weil, dann können wir mal... Können wir mal anfangen hier, weißt du? Aber wir müssen erst ins Bett. Woher hast du die Mod? Das ist keine Mod, das ist eine Map aus dem Store. Und auf einmal alle wollen Minecraft Bedrock haben. Ich find die Map auch super. Wer weiß noch, was mit Mieze-Mauze-Mauze passiert ist. Ja. Grandpa, du sitzt schon ganz schön lange hier, ne? Hm. Boah. Grad voll müde. Halt mal Rodeo auf einem Stier, bitte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich bin auch wieder am Start. Okay, hallo Colin. So, dann versuchen wir jetzt mal, ob wir das hinkriegen. In der Viertelstunde müssen wir kurz Pause machen, ne? Ja, ja, ja. Dann sag ich, Frauchen, wieder gute Nacht. Das, man kommt wieder Mystery. Zur 1.17. Mein Lieblings-Mob ist der antike Schrott. Hä, wie geht das denn? Das ist doch kein Mob. Warum streamst du nicht um 16 Uhr? Weil ich irgendwann auch was essen möchte. Und irgendwann auch mal was anderes machen möchte. Weil ich nicht von 8 Uhr, ja, 8.30 Uhr eher, bis 20 Uhr hier sitzen möchte. Sondern zwischendurch auch mal was anderes. Mein Lieblings-Item. Ja, gut, das sind definitiv Falltüren, ne? Falltüren, Rüstungsständer. Damit kann man so viel machen. So, dann gucken wir mal gleich, ob wir das gegossen bekommen. So. Und da muss jetzt... Ich finde es witzig, dass es fliegt. Aber ich glaube, hier muss ein Trecker dran, ne? Nichts. Okay. Ich hole mal einen Traktor. Hey Lars, ich finde das Shader Pack echt cool, aber finde keine aktuelle Version. Mach bitte mal einen Community-Beitrag mit dem Link dazu. Also das Ding ist, ich darf es nicht hochladen. Aber... Boah, wo habe ich das nochmal gefunden? Ich habe auch ewig danach gesucht. Und dann habe ich eine Anleitung gefunden, wie man das Crystal Palace quasi aus der Map rausklaut. Wie mache ich das denn am besten? Wieso so selten Bad Rockite? Also erstens ist es nicht seltener als gedacht. Weil ich habe am Anfang ja gesagt, dass der Bad Rockite nicht jeden Tag kommen wird. Und... Es ist jetzt halt so, dass ich wirklich niemals, 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 nie, 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 nicht cheate. Manchmal brauche ich halt ein paar Tage. Manchmal brauche ich halt Zeit. Ich habe immer Cheats genommen, um Zeit zu sparen und jeden Tag ein Video zu machen. Aber das war ja verboten von eurer Seite aus. Okay, es gehört auf jeden Fall nicht hier dran. Wo gehört das denn dran? Rechts klicken, stehen und reitet ihn. Okay. Aber das gehört ja schon mal nicht da dran. Oder es will nicht. Ich weiß nicht genau. Weil ich finde, es sieht aus, als würde es hier dran gehören. Jetzt geht doch mal hier. Mehr Drescher. Okay. Machen wir das nochmal. Gehört an den kleinen Traktor. Es ist der zu modern, ja? Okay, wir wollen mal den kleinen Traktor. Star Wars oder Harry Potter, das kann man doch gar nicht vergleichen. Ah, schlachte die Kuh, erlöse sie. Nö, nö, das ist nicht meine Aufgabe. Welche Version spielst du lieber? Java oder Bad Rock? Kommt immer drauf an. Vanilla und Maps ist Bad Rock auf jeden Fall mittlerweile. Wenn es aber darum geht, wirklich ganz, ganz speziell irgendwas mit Mods zu machen, dann ist Java noch besser. Wie siehst du ohne Kippie aus? Schau mal drei Streams vorher. Da haben wir das gemacht. Also da habe ich die ausgezogen. Aber wenn das jetzt nicht da dran geht, ne? Au, geht, geht. Und jetzt muss ich L drücken, ja? Jetzt kann ich hier so... Oh, nice. Okay, guck mal. Da kriege ich sowas bitte. Minecraft Vanilla, das geht so schnell. Ist ja cool. Okay, kann ich hier aus Samen machen, aus Korn? Ich will Kornsamen machen. Und nicht Fleischbällchen zerkrachen. Hey, ich mag dich voll gerne, sagt Skullgaming. Dankeschön, ich dich auch. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich in die Stadt shoppen, oder? Äh, letzten drei Wochen, Lars hat 200.000 Abos, jetzt 300.000. Ja, nicht in drei Wochen, ne, ne. Wir haben neun Monate gebraucht. Wir haben von 200.000 zu 300.000 neun Monate gebraucht. Was machst du lieber, Videos oder Streamen? Boah, das lässt sich echt schwer vergleichen, weil Video ist halt 100% kreative Arbeit. Stream ist halt wirklich so 100% Lars. Ist halt so, ich bin grad so... Ja, oder ich mach halt Blödsinn. Ich mach halt, ich bin halt, wie ich bin, ne? Man kann das nicht gut miteinander vergleichen. Ich mag beides gerne. Wenn, wenn ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, zwangsweise, dann würde ich, aber, dann würde ich Video nehmen, aber nur aus einem Grund. Ähm, ich glaube, es ist auf Dauer, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang, ist, Videos machen flexibler als Stream. Ich hab gegen den Mikrofonarm geboxt. Ähm, okay. Okay. Kannst du mal all deine Caps zeigen? Ach, so viel hab ich gar nicht. Was trinkst du da? Kaffee. Bitte reit auf einen Stier. Ja, wir können das ja gleich noch probieren. Ich glaub nur, wie gesagt, wir müssen jetzt in die City, ne? Wir müssen ein bisschen einkaufen. Wir brauchen mehr Samen, weil das hier wächst ja schon. Und das wächst, glaub ich, schneller als man denkt. Und hieraus kann ich keine Samen machen aus dem Korn. Bisschen blöd. Okay. Okay. Ich weiß nicht, das muss ich selber mal gucken. Aber ich mag an der Map voll, dass wir so richtig viel so in dieser Third-Person-Ansicht rumlaufen können. Hast du mehr als ein Haustin? Ja. Ähm. Nehmen wir aber wieder Auto, ne? Nicht Flugzeug. Auto find ich, glaub ich, besser. Weil das ist einfach so ein bisschen cooler. Los geht's! Voll die Lkw-Hupe. Hast du Tipps für YouTube? Keine zu hohen Erwartungen. YouTube ist ein Marathon, kein Sprint. Und selbstkritisch sein. Immer dein selbstgemachtes Hinterfragen, ob das gut ist. Ich werd auch innerhalb der nächsten Woche diesen Stream hier gucken und werd mich fragen so, was hab ich da gemacht, was hab ich da gemacht, was könnte ich schöner machen, was könnte ich besser machen, schneller machen, leichter machen, einfacher machen. Mach mit der Minecraft Vintage. Äh, du meinst Oldschool. Minecraft Oldschool, oder? Du kannst Kacke werfen. Ja, ich weiß. Hab ich doch schon. Drück mal I im Auto. Du meinst I. Oder was? Also bei I passiert nichts. Jo, ich seh dich das erste Mal live, aber danke, dass du zu einem Tutorials machst. Äh, gerne geschehen. Und ich hoffe es nicht das letzte Mal live, weil du denkst, oh mein Gott, ist der hässlich. Ich muss schnell weg. Weißt du, wenn du so auf dein Handy guckst und dein Display einfach schon so reißt, weil der Streamer einfach hässlich ist. Die Map heißt Farmers Life, oder Farmer Life. Ein, kannst du mal ein Zoo in 10 Sekunden, 10 Minuten und 30 Minuten bauen, wäre ultra nice. Du kriegst, äh, Alter. Selbst wenn, selbst wenn ich, wenn ich Iron Man wäre, würde ich es nicht in 30 Minuten hinbekommen, ein Zoo zu bauen. So, was kostet die Map nicht? Die war umsonst, aber ich glaube, jetzt kostet die wieder was. Äh, Bill Overberg. So, was hat der denn? So am Start, okay. Hm, ja, das brauche ich eigentlich alles gar nicht kaufen, weil das, 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 das ist meine Nachbarn. Und dann kann ich den einfach klauen. So, na, was ist los? Dankeschön. Hm. Oh, was, oh, 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 Blueberries und so. Okay, okay, nee, nee. Zwölf Korn, wir bekommen drei Dollar? Und was kriegen wir dafür? Wo sind die Kornsamen? Warte, Korn. Vier für ein. Also, quasi, bekommst du... Also, tauscht man wirklich exaktomundo nur? Macht das Sinn, einfach zu tauschen? Klar, wie lange spielst du schon Minecraft? Sei, dass es Minecraft gibt. Du hast ja immer noch die Zwiebeln. Ja, ja, die vier Stück lohnen sich nicht. Äh, alles in deinem Inventar sieht cool aus oder lecker. Machst du einen Job neben YouTube? Nee, ich hab gar keine Zeit mehr für einen Job neben YouTube. Ich bin froh, dass ich, äh, da neben... Ähm... Achtung, vier Minuten Pause. Ja, machen wir auch. Ich, äh, weiß, dann wird die Hälfte wieder gehen, aber... Ich versteh das nicht. So! Äh, der hat keine mehr. Aber das macht doch... Macht doch voll keinen Sinn. Komm, wir haben gerade mal 28 Samen. Wenn ich so ein Riesenfeld bestellen will, wie viel soll ich denn kaufen? Wenn ich da echt mal so ein Riesenfeld machen will, was geht? A rabbit, okay. Weißt du, da wirst du ja nie fertig. Du kriegst ja... Ach, du Samen. Dankeschön. So. Jetzt bin ich pleite. Du hast... Äh, so, okay. Es ist dunkel. Ich fahre im Dunkel wieder heim. Da kann ich ein bisschen Chat lesen, kann ein paar Fragen beantworten. Das ist immer noch besser, als wenn wir jetzt schlafen gehen. Oder Mary. Hm. Hm. Äh, Mary. Einmal so. Diese Pause. Ja, vielleicht muss der ein oder andere mal kurz auf Klo oder Sonstiges. Und ich sag kurz der Frau gute Nacht, weil die geht umziehen. Äh, Hayabubu machen. Hm. Machst du gleich eine Quatschrunde? Ja, ich weiß ja nicht. Wie lange willst du noch streamen? So lange, wie ich Bock hab. Stream ist für mich kein festes... Kein... Kein fester... Ablauf. Kein... Kein... Ich stream einfach, weil ich Bock hab. Wie lange gibt's meine Wirtschaft schon? Über 10 Jahre. Aber der ist voll langsam, ne? Ja. Gibt's auch Truthähne? Kannst du ja einen suchen. Ah, okay. So, wir machen mal grad ne Nachtwanderung. Die haben wir alle mal in der Grundschule gemacht. Ne Nachtwanderung. Und danach sollte man ja über die Nachtwanderung so was schreiben, ne? So einen kleinen Aufsatz, ne? Was einem so am meisten gefallen hat. Was man am besten fand, was am schlechtesten und so weiter. Und der kleine Lars, der hat in der vierten Klasse nicht Nachtwanderung geschrieben, sondern Nacktwanderung. Ja? Ja, ja. Da stand dann meine Nacktwanderung. Als fette Überschrift über meinem Aufsatz in der vierten Klasse. Da stand meine Nacktwanderung. Und alle mussten lachen. Selbst meine Klassenlehrerin hat da echt... Die war nicht böse. Die meinte, das ist einfach aus einem H ein K geworden. Das ist echt schade. Aber es war so gut. Schon mal überlegt, auf Twitch zu streamen? Ne, ich hab gestern erst getwittert, warum ich niemals auf die Idee käme, auf Twitch zu streamen. Ja, und dann... Lars fand sein... Ich kann mich noch so dran erinnern. Lars fand seine Nacktwanderung... Das ist jetzt wirklich das Bittere eigentlich. Lars fand seine Nacktwanderung so toll, weil er die ganze Zeit Susis Händchen halten durfte. Weil Lars fand Susi voll toll. In der Nacktwanderung. Ja. Und mit dieser Nacktwanderung, pass mal auf, lasse ich euch jetzt mal kurz in die Pause. Warte, warte, warte. Ich muss dir grad Musik... Weil wir müssen kurz zwei Minuten Pause machen. Ihr könnt grad auf Klo gehen oder sonstiges. So, 30 manchmal kurz weg. Ja, so. Äh... Ihr könnt ja grad auf Toilette gehen, euch was zu trinken holen, etc. Keine Ahnung. Äh, ich geh grad einmal in die Pause. Die Pause, die kennt ihr noch. Das ist die einzige, was noch alt geblieben ist vom Stream. Wir sehen uns in 2, 3, 4 Minuten wieder. Ja. Ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, okay. Reicht auch. Etwas so fühle ich mich gerade. Etwas so. Okay. Oh, wow, Pause. Nee, überhaupt nicht Pause, voll überdreht. Also hier, hier wollte ich noch irgendwas rein. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit denen hier mache. Propeller-Nasen, ja echt mal. Ähm. Danke, Jan. Sehr lieb von dir. So, warte. Weg hier. Gut. Wir haben 11 Uhr. Wir machen für heute Schluss, glaube ich, oder? Das war fast wie ein Rock-Konzert. Ja, echt mal. Dein Auto war mal ein Zwingo, ja? Stimmt. Jetzt schon mit Arbeit? Mann, du bist voll fies. Äh, okay. Schade, jetzt hol mein Baby endlich auch mal. Ich kann's auch nie, euch nie recht machen. Tut mir echt leid. Dann kannst du ja nochmal von vorne gucken oder einen alten Stream oder so. Jetzt, wo du Ruhe hast. Hoffe ich mal. Aber, ähm, passt auf. Schlaf schön. Kommt gut in den Donnerstag rein. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Und, ähm, dann schauen wir mal, was wir nächsten Mittwoch machen. Ich weiß es noch gar nicht gesagt. Äh, ehrlich gesagt. Aber, hallo Neuer, Lucky Ducky. Wir sehen uns, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Ciao. Und die Quali war doch heute geiler als sonst mal, ne? Ich hoffe, hat alles gut funktioniert. Ich guck's mir gleich an. Also ich arbeite.